Du wirst es sicherlich in den letzten Wochen und Monaten auch auf LinkedIn beobachtet haben, dass bei ganz vielen Leuten die Reichweite extrem gesunken ist. Formate, die über Jahre funktioniert haben, funktionieren plötzlich gar nicht mehr. Und das wirft natürlich die große Frage auf, ob es ein Algorithmus-Update gab, ja oder nein. Offiziell gab es keins, aber mein Gefühl sagt mir, dass es ein heimliches Algorithmus-Update gab, denn wir sehen nicht nur bei unseren Accounts, sondern auch über unsere Kunden-Accounts von über 100 Gründerinnen und Gründern, dass es klare Formate gibt, die jetzt der Algorithmus bevorzugt und andere Formate, die kaum noch funktionieren. Und insofern habe ich mal meine besten Posts aus den letzten 90 Tagen mitgebracht und dort kann ich dir ganz genau zeigen, welche Content-Formate jetzt extrem gut funktionieren und wie du sie so schnell wie möglich auch für dich umsetzen kannst. Und ich habe auch die Zahlen von Ann-Christin aus meinem Team mitgebracht, denn die hat nochmal ganz andere spannende Content-Formate, die in den letzten 90 Tagen gut bei ihr funktioniert haben. Und insofern, lass uns reinspringen und ich zeige dir ganz genau, worauf es jetzt auf LinkedIn ankommt, wenn du darüber mehr Reichweite und Leads bekommen willst. Wir springen mal in meine Top Ten rein und du siehst hier, das war das klassische Format von mir, was ich immer hatte, dass ich wirklich eine gute Headline hatte, traurig oder zeitgemäß. Ich kann nicht mehr im Büro arbeiten und dieser Remote-Work-Winkel immer auf LinkedIn funktioniert hat. Das bedeutet, wenn du irgendwas mit Remote-Work zu tun hast, war das eigentlich der Garant dafür, wenn du eine gute Story sozusagen hast, dass das auf LinkedIn mindestens 10.000 Ansichten bekommt. Und du siehst hier, 100 Likes war auch früher meistens so die magische Grenze für 10.000 Ansichten und hier kommt das tatsächlich noch ganz gut hin, muss man sagen. Und das mein Platz 10. Das bedeutet, was mir hier aber schon so ein bisschen Sorgen bereitet hat, dass so ein Post früher häufig 150.000, 200 Likes hatte und auch eher 15.000 bis 20.000 Ansichten. Und da war ich noch nicht so besorgt, aber ich hatte das Gefühl, ah, da tut sich irgendwas. Jetzt ganz spannend, auf Platz Nummer 9 ist eine Headline, die einfach unglaublich gut funktioniert. Aus meiner Sicht ist dies die Kombination aus zwei Sachen. Zum einen, meine Frau hat mal wieder recht, sorgt glaube ich immer für einen Schmunzler bei den Leuten. Und das Coole ist, auch wenn du so eine Headline gefunden hast, wo gar nichts über die Story verraten wird, kann man so ein Format auch regelmäßig machen. Also alle zwei Monate oder so bringe ich irgendwas mit, wo meine Frau mir wieder weit voraus war. Und ist halt ein cooles Standardformat. Und gleichzeitig ist natürlich immer ein persönliches Bild mit der Partnerin oder einem Partner eigentlich ein recht dankbarer Post, der sehr gut funktioniert. Aber du siehst hier auch, so 160 Likes war klassisch auch mindestens über 10.000 Impressionen. Und das ist wirklich auch die magische Grenze, die wir versuchen, Woche für Woche zu knacken und wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade auf der Plattform funktioniert und was nicht. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Post früher 115.000 bis 20.000 Ansichten auf jeden Fall bekommen hätte. Kommen wir mal auf Platz 7. Und das ist ganz interessant, weil das tatsächlich auch etwas, wo ich auch davon ausgegangen wäre, dass der deutlich besser funktioniert. Weil am Ende ist es eine coole Story. 3 Millionen mit einem Funnel. Und hier geht es zur Anleitung. Und du siehst, ich halte mich artig auf mein Format, an mein Format, was immer bisher funktioniert hat. Aber hier dämmerte es mir langsam, dass es wirklich irgendwie am Bröckeln ist, weil wir nicht mehr die 10.000 Ansichten damit geknackt haben. Was jetzt spannend war und das tatsächlich, glaube ich, Platz 6 oder so, dass ich hier einfach mal aus Spaß ein Video gepostet habe, was irgendwie ein lustiger Winkel war. Ich hatte hier diese Headline, darf man mit 30 noch Spaß haben oder und habe hier so ein kleines Video, wo ich irgendwie mit so einem Mini-Moped durch den Garten pese. Habe das wirklich, glaube ich, an einem Freitag gepostet, habe mir nicht groß was dabei gedacht. Aber es war irgendwie spannend zu sehen, dass so ein Video plötzlich die 10.000 Ansichten sozusagen kratzt. Und das war auch die erste Indikation für mich, dass Videos auf LinkedIn was sein könnten. Und da kommen wir aber später noch zu. Und vor allem ein anderes Format willst du auch am Ende dir angucken. Aber das war spannend, dass du siehst, mit so einem kleinen Clip, der irgendwie keine 11 Sekunden geht, dass man damit wirklich 10.000 Leute auch aus deiner Reichweite erzielen kann. Muss man jetzt mit dem Motorrad durch den Garten fahren? Nein, natürlich nicht. Man kann sich was raussuchen, was irgendwie für einen selbst besser passt. Aber es war nochmal spannend zu sehen. Bei Videos früher hätte ich gedacht, dass sowas hier 1.000, 2.000 Ansichten bekommt. Aber das Video ist natürlich ganz witzig und hat daher, glaube ich, auch gut funktioniert. Jetzt wird es ganz interessant. Ein Post von gestern, absoluter Klassiker. Und hier ist irgendwie auch so das, was ich ein bisschen beobachtet habe. Die Headline ist halt extrem gut. Robert, wenn du so erfolgreich wirst, warum fährst du dann kein Porsche? Ist eine Frage, die, glaube ich, bei vielen so wertetechnisch was auslöst. Und es war am Ende sozusagen auch eine gute Story, die einfach sehr gut funktioniert. Klassisches Format. Aber hier sieht man schon sehr gut. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen Bauchgefühl, dass sie die Reichweite genau halbiert haben. Ich glaube, vor ein paar Monaten hätte so ein Post mit 170 Likes noch 20.000 Impressionen bekommen. Jetzt kriegt er nur noch 10.000. Und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt dieses klassische Format macht, dass man halt wirklich deutlich mehr rudern muss, um auf diese 10.000 Impressionen zu kommen. Was man aber im Hinterkopf behalten muss und wo man sich auch nicht verrückt machen muss, ist alles nur auf die Impressionen zu optimieren. Sondern 170 Likes sind halt immer noch 170 Likes und 160 Kommentare sind halt auch immer noch 160 Kommentare. Dass man bloß nicht die Interaktion vernachlässigen sollte und nur noch alles auf Reichweite optimieren soll. Das bedeutet, da komme ich auch gleich nochmal bei AC dazu, weil ich das extrem spannend fahre, was bei ihr da rausgekommen ist. Und jetzt habe ich eine Sache beobachtet, die in den letzten Monaten bei AC unter anderem extrem gut funktioniert hat, sind Slideshows. Und die gab es wirklich in den letzten Jahren immer wieder. Und du siehst hier eine Slideshow in meinen, glaube ich, Top 5 müsste es mittlerweile sein. Genau, in den Top 5. Und relativ simpeler Winkel, die 5 größten Contentfehler auf LinkedIn. Du siehst auch hier ungefähr 100 Likes. Knackt aber hier solide die 10.000 Impressionen. 63 Kommentare ist auch nichts Verrücktes. Und hier gehe ich halt wirklich 5 Fehler durch, die wir immer wieder sehen. Es gibt kaum Storys und Headlines. Storytelling wird nicht genutzt. Keinen guten Bilder. Interaktion und Skalierung kaum. Und dann sozusagen das ganze Framework irgendwie durchzumachen. Und das war früher sozusagen, Slideshows waren schon immer ganz gut, aber diese Slideshow hätte, glaube ich, noch vor einem Jahr oder so vielleicht 5.000 Impressionen bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen geswitcht ist, dass das klassische Format von Text und Bild wirklich halbiert wurde in dieser Ratio zwischen Likes und Reichweite. Und die Slideshow wirklich einen großen Kicker bekommen hat. Was kann die Hypothese dahinter sein? Unsere Hypothese ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass LinkedIn wirklich auf Watchtime optimiert. Also das bedeutet auch wirklich Zeit, die man den Content konsumiert. Das haben eigentlich alle Plattformen irgendwann eingeführt. Sowohl Instagram als auch TikTok als auch vor allem YouTube. Und das erklärt natürlich auch, warum Slideshows und Videos jetzt deutlich besser funktionieren als ein reiner Bildpost. Weil man bei einer Slideshow natürlich deutlich mehr konsumieren kann, als bei einem Text oder einer Story, die man mal eben durchlesen kann. Wie geht man jetzt an so eine Slideshow vielleicht auch ran? Relativ ähnlich wie bei einem Post versuche ich immer erst mal die Headline zu finden. Also du siehst auch hier die 5 größten Contentfehler auf LinkedIn. Ist halt eine entspannte Headline, hätte man auch als Textpost machen können. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht wirklich die weltbeste Slideshow, die ich hier rausgehauen habe, weil es halt wirklich relativ generische Tipps sozusagen sind. Wir kommen noch zu besseren Sachen. Aber das war nochmal spannend zu sehen, auch mit so einer leicht verdaulichen Slideshow, würde ich sie mal hier betiteln, dass das auch direkt 10.000 Ansichten bekommt. Wir gehen langsam in die Top 4 rein. Und das war tatsächlich was sehr Spannendes, was wir in den letzten Wochen jetzt ausgerollt haben. Und ich auch dem nächsten Video dazu machen werde, dass wir angefangen haben, jede Woche einen Lead Magnet rauszugeben. Das bedeutet, LinkedIn-Tools kostenfrei rauszugeben, weil wir haben sowohl in unserer Social Leads Academy als auch in unserem Mentoring unglaublich viele Tools in den letzten Jahren für LinkedIn entwickelt. Und ein Tool war, dass ich mich wirklich mal eine Woche eingeschlossen habe und geguckt habe, was man alles mit ChatGBT machen kann auf LinkedIn. Und da ein Riesendokument draus entstanden ist und wir uns einfach überlegt haben, hey, wir geben dieses Dokument raus. For free, wenn die Leute hier einfach ChatGBT-Hacks kommentieren. Und du siehst, das fliegt hier immer weiter. Krass, das ist schon ein paar Tage jetzt her und trotzdem wird hier noch fleißig weiter dokumentiert. Was hier natürlich funktioniert, ist zum einen muss man das relativ lange lesen und zum anderen wächst es Neugierde. Also es hat auch ein Video, was die Leute, glaube ich, nicht bis zum Ende gucken. Aber was hier für die Reichweite gesorgt hat, sind natürlich die verrückt vielen Kommentare. Und zum einen haben wir noch einen kleinen Trick uns einfallen lassen. Wenn du diesen Post noch teilst, dann schicke ich dir auch on top noch meinen einstündigen ChatGBT-Workshop dazu. Da waren wir tatsächlich nicht mal davon ausgegangen, dass es irgendwie funktioniert. Aber zwölfmal geteilt ist halt schon ein krasser Winkel sozusagen, um noch mehr Leute zu erreichen. Aber das zeigt, dass dieses klassische Pushen von Sachen durch Kommentare noch teilweise funktioniert. Es gab auch Posts, wo es nicht funktioniert hat. Aber was wir hier drüber eingesammelt haben, glaube ich, 150 oder 200 Leads, die sich in unseren Funnel eingetragen haben, die Termine gebucht haben und die auch bei uns Kunde geworden sind. Und das zeigt einfach, dass dieser Prozess unglaublich smooth ist. Da wird ein ausführliches YouTube-Video in den nächsten Wochen auch zukommen, weil das, was wir da in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben, ist schon sehr, sehr geil und zeigt auch einfach die Power von LinkedIn, die dahinter steckt, wenn man das Ganze richtig macht. Dann der nächste Part und du siehst, die Top 5 sind aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, weil du siehst hier schon mal eine Slideshow. Hier sozusagen dieses Promotion-Content, kann man es eigentlich taufen. Dann hier noch eine Slideshow. Und die tatsächlich habe ich recycelt von AC. Die hat sie vor ein paar Wochen gemacht und ich dachte mir, hey, das ist irgendwie ein ganz witziger Winkel, weil KI-Kommentare, glaube ich, nervt uns alle auf der Plattform, weil man sie auch einfach direkt erkennt. Und meine Hypothese ist hier, warum diese Slideshow gut funktioniert ist, weil die Leute natürlich alle irgendwie von diesen KI-Sachen genervt sind und hier so ein bisschen sozusagen einfach Sachen und witzige Kommentare rausgesucht haben und klar machen, dass das natürlich irgendwie der Personal Branch schadet, wenn man solche Kommentare sozusagen postet. Und du siehst hier, 150 Likes ist schon echt gut, 150 Kommentare, auch krass, dass die Leute sich sehr dazu geäußert haben. Ich glaube nicht mal, dass ich auf alle Kommentare hier sozusagen geantwortet habe, aber das sozusagen funktioniert. Und du siehst hier fast 20.000 Impressions. Und das bedeutet, wenn man jetzt ein bisschen Arbeit reinsteckt, auch in die Slideshows, dass das das beste Format aktuell ist, um wirklich Reichweite zu bekommen. Das darf man aber nicht unterschätzen, dass das Thema natürlich unglaublich entscheidend ist. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, ja, Slideshow ist gleich Slideshow, aber das ist natürlich nicht, sondern es muss halt schon eine unieke Story sein. Und auch hier bei der Slideshow ist natürlich das Thema, dass KI-Kommentare wahrscheinlich nicht ein Thema ist, was man jeden Tag liest und deshalb sozusagen viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn man jetzt die 30.000 Slideshow dazu macht, irgendwie, wie man sein LinkedIn-Profil optimiert, dann wird da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel gehen. Also es bedeutet, auch da muss man bestenfalls immer eine neue Story irgendwie mitbringen. Wir kommen in die Top 2. Genau, und das ist halt sehr, sehr spannend, dass dieser Post es soweit geschafft hat, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst, dass ich seit Monaten, das ist, glaube ich, echt schon jetzt fast ein, ja, dreiviertel Jahr, mich eigentlich nur noch von Fleisch und Eiern ernähre, ja. Hört sich ein bisschen verrückt an, gibt einen Trend in Amerika, nennt sich Carnavore-Diet, wo man wirklich auf Kohlenhydrate, auf Zucker verzichtet, komplett auf Gemüse und auf Obst. Das habe ich mittlerweile wieder in mein Leben eingeführt und 8 Kilo in 4 Monaten verloren habe, ne. Bin da gerade auf so einer kleinen Mission, ich will irgendwie 15 Kilo insgesamt verlieren und dachte mir, mach einfach mal einen guten Post mit einem Steak vor mir und let's go. Habe mir wirklich nichts dabei gedacht, war so ein Freitagspost, der nichts mit Business irgendwie zu tun hat, etc. Was halt ganz spannend ist, zum einen ist es, glaube ich, ein Thema, über das man noch nie was auf LinkedIn gelesen hat, würde ich behaupten, also nicht tagtäglich. Dann ist ein bisschen drin sozusagen Fitness und Abnehmen, was halt auch ein gigantischer Massenmarkt ist, ne. Viele Leute haben mir auch geschrieben, hey Robert, ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen abnehmen, kannst mir ein bisschen was erzählen, was irgendwie funktioniert hat und was nicht. Und vor allem habe ich natürlich alle Steakliebhaber rausgelockt, ne. Was mir ein großes Anliegen war, in diesen Brokkoli-Zeiten heute, wo man gefühlt irgendwie kaum noch jemandem erzählen darf, dass man irgendwie Fleisch isst, war das, glaube ich, ein super kontroverses Thema. Es war harmloser, als ich gedacht habe. Ich dachte, die Veganer stürzen sich auf mich, aber das war wirklich verhältnismäßig still, muss man sagen. Aber das zeigt nochmal, dass eine richtig gute Story, die man halt nicht jeden Tag liest, dass das immer noch funktioniert in so einem Format hier, ne. Also das zeigt auch, dass das klassische Bild-Image, nee, Text-Image-Format halt nicht weg ist. Man muss einfach in den Storys besser werden und außergewöhnlicher werden, ne. Mein Top-Post Nummer 1, tatsächlich ganz spannend. Wir haben angefangen, mit einem Tool zu arbeiten im Hintergrund, und zwar nennt sich das Scribe. Vielleicht hast du das YouTube-Video dazu gesehen. Und die waren so lieb, und zwar unseren LinkedIn-Followern, das Ganze für 30 Tage kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich habe einfach so einen Promotion-Post dazu gemacht, wo die Leute Scribe kommentieren sollten, und wir schicken ihnen diesen Code zu. Ich war selbst davon ausgegangen, nicht ausgegangen, dass das wirklich richtig gut funktioniert, weil, wie gesagt, irgendwie Tools oder so zu promoten auf der Plattform, war ich jetzt nicht davon ausgegangen. Wie gesagt, 180 Likes, fast über 500 Kommentare. Ich glaube, Hunderte haben sich irgendwie angemeldet für das Tool. Hat mir nochmal gezeigt, dass Kommentare, glaube ich, eines der wichtigsten Faktoren sind. Wenn ich sozusagen runterbreche, und bevor ich auch in die Sachen von AC einsteige, sehe ich halt wirklich, zwei Sachen muss man jetzt fokussieren. Zum einen die Watch-Time, also dass wirklich Leute dein Content länger konsumieren als vorher. Das kann auch bedeuten, dass man längere Posts zum Beispiel schreibt. Dieser Post ist schon relativ lang hier. Das kann auch reingespielt haben. Und dann Kommentare, dass halt wirklich Leute interagieren mit dem Ganzen, auch wenn man sowas macht. Und wenn man sich jetzt mal wirklich meine Top 5 anguckt, ist es halt zwei Slideshows, zwei Promotion-Posts, wo ich sozusagen auf Kommentare gepusht habe, und ein Social-Post, der wirklich eine sehr außergewöhnliche Story mitbringt. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen mein Winkel, worauf ich mich jetzt auch sehr konzentriere. Zum Beispiel machen wir jetzt, haben wir deshalb meine Content-Strategie dahingehend angepasst, dass es eine Slideshow bei mir jede Woche gibt, und dass es auch ein Lead-Magnet sozusagen gibt, wo wir auf die Kommentare, oder einen Promotion-Post pro Woche gibt, wo wir auf die Kommentare pushen. Und damit kann ich halt sicherstellen, dass wir wirklich jede Woche mindestens zwei Posts haben, die 10.000 und mehr Ansichten bekommen. Und den Social-Content oder auch das klassische Text-Image-Format werden wir auch ein-, zweimal pro Woche weitermachen, haben jetzt aber verstanden, dass die Headlines und die Stories halt deutlich besser sein müssen als vorher. Und ein Format hat AC noch gemacht, woran wir gleich einsteigen werden, was sie mir voraus hat, was auch in der nächsten Zeit sozusagen interessant sein dürfte. Und ich mache jetzt einfach mal ACs Top 10 auf. Und du siehst hier, das ist, glaube ich, Platz 5 bis 10, dass es bei ihr doch schon einen Trend gibt. Du siehst, Platz 6 bis 10 ist genau vier Slideshows, die alle über 10.000 Ansichten bekommen haben. Große Betonung hier muss man wirklich sagen, dass AC unglaublich viel Zeit in diese Slideshows reinsteckt und auch super hilfreiche Tipps da reinpackt. Aber wirklich so systematisch Woche für Woche eine virale Slideshow zu posten, das hatten wir in Monaten nicht. Also es bedeutet, auch im letzten Jahr haben wir immer mal wieder Slideshows gepostet. Aber diese Updates oder diese Zahlen haben wir dort nie gesehen. Und du siehst auch hier, witzigerweise relativ ähnlicher Winkel zu dem, was bei mir auch funktioniert hat. Extrem gute Headline und auch ein Thema, was man nicht so häufig liest. Ich weiß, dass einige über meine Postings lästern. Und das bedeutet, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass LinkedIn gerade krass was shiftet, dass sich in diesem Format hier, wirklich in dem Text-Image-Format, halt wirklich die Spielregeln oder einfach die Konkurrenz immens groß geworden ist, dass die Headlines und die Stories besser denn je sein müssen. Aber dass bei Slideshows halt noch wenig los ist, Watchtime hoch ist. Und wenn man das extrem gut macht, dann kann man mit dem Format sehr, sehr viel Spaß haben. Und wir hüpfen in die Top 5 von AC rein, die mich dann doch etwas verwundert haben. Und ich bin ein bisschen neidisch geworden. Weil, was sehen wir hier auf Platz 5? Sorry Team, ich hatte viel zu tun, um eine gute Führungskraft zu sein. Super guter Winkel aus meiner Sicht. Fast 200 Likes. Über 20.000 Impressionen. Funktioniert nach wie vor. Wirklich nicht mal große Kommentare. Aber das Thema ist einfach extrem unik. Liest nicht jeder. Funktioniert. Dann, du siehst hier, hier haben wir die Slideshow von AC Recycled. Auch bei ihr hat sie 20.000 Impressionen bekommen. Bei mir hat sie auch 18.000. Genau, relativ sozusagen stabil auch. Und das spannend zu sehen, dass wenn du bei, die Situation hast du vielleicht nicht häufig, aber dass beim einem Account die Slideshow gut funktioniert, dann funktioniert beim anderen auch. Und jetzt siehst du hier wieder, Top 3, Midlife Crisis. Wer auf die 30 zugeht, fährt Rennrad. Extrem lustiger Winkel. Ich glaube, Rennräder sind gefühlt, ist ein Thema auf LinkedIn gerade. 440 Likes, 62.000 Impressionen. Und das zeigt auch wieder da, eine einzigartige Story, eine gute Headline, funktioniert nach wie vor als Text und Bild sehr gut. Und jetzt kommen natürlich die Ausreißer nach oben. Und das Verrückte ist, sie hatte vor zwei Wochen das erste Video Reel sozusagen auf LinkedIn, was richtig durch die Decke gegangen ist, 223.000 Impressionen. Was man hier so ein bisschen relativieren muss, ist, dass 85 Likes hat und 28 Kommentare. Für mich sieht das noch so ein bisschen aus, wie so ein Ausreißer, irgendwie wie so ein Unicorn, once in a lifetime, habe ich damals vor zwei Wochen gesagt. Als ich jetzt aber vor vier Tagen das nächste Reel sozusagen hinterher gelegt hat, 139 Likes, 62 Kommentare, also beides fast verdoppelt hat und wieder 250.000 Impressionen hatte, da bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, hey, ich starte jetzt auch sozusagen mit LinkedIn Reels, mit Videos und wir testen das Ganze mal. Das Gute daran ist, das würde in die Hypothese reinspielen, dass Watchtime eine Rolle ist, weil natürlich LinkedIn auch sich andere Plattformen anguckt und wir brauchen nicht darüber reden, dass Leute, glaube ich, deutlich länger auf TikTok hängen oder auch auf YouTube hängen und das natürlich nur mit Videocontent funktioniert. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht man an das Thema Videos ran, vor der ich auch gerade stand und witzigerweise passend heute zum Video, mein, äh, zum Video hier, mein erstes Video hochgeladen habe und du siehst hier, das hat innerhalb von zwei Stunden jetzt schon über 50 Likes, 2000 Impressionen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es sozusagen direkt irgendwie die AC da vom Thron stößt, aber was hier gut funktioniert hat für mich ist, dass ich mir einfach eine gute Headline genommen habe, simpler Trick für mehr Reichweite und Likes und dann in circa einer Minute halt einen guten Trick rausgebe. Und ich habe das Gefühl, sowohl bei Slideshows als auch bei Videos funktioniert es einfach weiterhin, wenn man sich eine gute Headline raussucht und dann sozusagen eine gute Story erzählt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, entweder deine Ressourcen in Slideshows oder in Videos zu stecken, dann würde ich dir absolut empfehlen, erstmal auf Slideshows zu gehen, weil sie aus meiner Sicht deutlich leichter sind, richtig gut zu machen. Klar kann jeder die Kamera anschmeißen und was erzählen, aber dass du wirklich auch was rausgibst, wo die Leute sagen, hey, so habe ich das noch nie gehört, ist ein langer Weg und du siehst, Setup, Kamera etc. muss auch professionell sein, damit das Ganze funktioniert. Um das heute nochmal kurz zusammenzufassen, was aus meiner Sicht jetzt gilt im Content und was glaube ich auch wirklich linked inheimlich ausgerollt ist, dass Watchtime eine Schlüsselrolle spielt, das bedeutet wirklich Content, den man länger konsumieren kann, das können auch Infografiken zum Beispiel sein, wird jetzt bevorzugt, weil es einfach die Leute länger auf der Plattform hält. Sowas wie Promotion Content, ja, also mit Lead Magnets, die man rausgibt, was wir auch zum Beispiel in unserer Social Leads Academy den Leuten zeigen, funktioniert auch besser denn je, weil die Leute kommentieren super viel und Kommentare funktionieren auch und insgesamt bei dem Text-Image-Format, dem Klassiker sozusagen, funktionieren jetzt einfach extrem gute Headlines und Stories, die man noch nicht jeden Tag gelesen hat. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, fokussiere dich wirklich auf diese drei Formate, steck mehr Zeit in den Content als vorher, ich würde sagen, wir haben wirklich die Zeit dafür verdoppelt, aber es lohnt sich auch, weil wir so weiterhin diese Reichweiten erzielen. Ich werde dir in ein paar Wochen nächstes Update geben, ob sich da was getan hat, bis dahin werden wir das jetzt wirklich konsequent im Content durchziehen und wir sehen halt jetzt schon, dass meine Reichweite wieder extrem geglettert ist in den nächsten Wochen und in den letzten Wochen. Und lass mich gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.